Wir dürfen also bauen, ne? Geil. Jede Folge beginnt mit nem Öffnen eines Energies. Diesmal steht aber safe. Sehr gut. Ah ja, die Insel. Was machen wir mit dem alten Kram? Erstmal nicht drum kümmern oder doch? Hm. Soll ich zurückfahren, schnell? Ja gut, dann gehe ich direkt mal mit. Weil jetzt, wo wir beide einen verbesserten Rucksack haben, geht es ja recht zügig. Aber ich hatte doch gestern noch eine Kiste gebaut, wo ist die denn hingekommen? Hast du die noch im Inventory? Nein. Ah ne, ich wollte eine bauen, hab ich gesehen, dass du schon eine gebaut hast. Oh. Ich baue noch eine. Okay. Eine normale? Spiele eigentlich keine Rolle, oder? Wir werden ja eh wieder alles abreißen. Die kann man ja nochmal umziehen, die Kisten, ne? Ja. Dann ist ja auch egal, wo sie steht. Genau. Weil da mache ich mein Inventar kurz leer. Mhm, macht Sinn. Dann fahren wir wohl mit dem Motorboot zurück. Wir füllen Motorboot und das alte Boot und gehen dann wieder hierher. Ja. Nochmal alles auf einen Schlag. Ach, du bist schon. Ist da noch was drin? Ah, Moment. Ah ne, das waren die Sachen, die wir drin lassen wollten. Ja, die würde ich auch drin lassen. Aber jetzt noch ein bisschen Schrott. Einen Fisch. Einen Fisch. Den esse ich doch direkt mal. Du willst fahren? Sehr gut. Äh, ich fahr jetzt mal, ja. Kann man da Third-Person-Modus anmachen? Bin noch nicht drauf, ne? Du Egoist. So. Und du fährst in die falsche Richtung. Wo ist denn unser Haus überhaupt? Fahne. Wo ist denn unsere Fahne? Und da hinten? Die gelbe? Ja. Aber auch das Lenkrad ist das gelbe. Schöner. Ah ja. Alter, jetzt geht's ja richtig rund. Darauf schieße ich erst mal hoch. Drehe ich mich bei dir eigentlich um? Zu mir? Ja. Na ja. Ah, interessant. Ich ziehe grad mit der Armbrust auf dich. Bei mir ziehst du nach vorne. Perfekt. Und beim Vorbeifahren treffe ich den Typen da hinten. Wie wär's? Ja. Ja, cool. Hab nicht getroffen. Aber ich seh auch keinen. Da seh ich einen. Nee. Nicht getroffen. Ich bin so ein Anfänger. Hä? Okay. Wird's Kampfmusik losgegangen? Dem, 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 dem. Echt? Bei mir gar nicht. Ah. Hab ich die doch getroffen? Ne, als ob ich den getroffen hab. So. Dann kümmere ich mich darum, direkt mal die ganzen Sachen abzubauen. Ich mach die Kisten leer. Ich, mit dem Sachen abbauen, das hab ich eh. Zumindest, wenn ich den Umzug klappern. Ich kann ja einfach eh drücken jetzt. Ist ja praktisch. Alter, praktisch wie ein Packtisch. Äh, brauchst du noch, äh, trinken? Dann trink vorher. Aber wenn ich's abgebaut hab, ist nix mehr drin. Äh. Äh. Mal über dich trinken. Alles mit dir. Mit dem Umzugskisten-Ding kann man aber nicht die vollen tun. Nein. Das wird als, äh, item dann fallen gelassen. Hm. Mir jetzt nicht so gut gefällt. Aber nun ja. Die noch mit, die noch mit. Oh, die gute Tat, die gute Lampe. Die muss mit. Die ganzen Neonschilder, dass du dich zuhause fühlst. Ja. Ja. Den Sarg können wir hier lassen, von mir aus. Können wir? Bin jetzt nicht so... Ich füll schon mal das andere Boot auf. Hm? Dann wissen wir schon mal, dass da drin alles zum Hinplatzieren ist. Ja, also bei mir ist jetzt voll. Dann machen wir noch das Inventar leer. Äh, voll. Leer. Ja, das ist bei mir auch schon ziemlich, äh... Oh, du kannst da vorne noch das Ding mitnehmen, ne? Das Schwein. Was? Welches Schwein? Ja. Warum haben wir ein Schwein? Das spawnt immer nach. Da kriegst du immer treiggebratenes Fleisch. Das ist sau dämlich. Alter. Ja, ja, ja. Jeder von uns kann das mitnehmen. Eigentlich war die Stelle doch gar nicht so blöd, ne? Ne, ich kann das nicht mitnehmen. Du hast das jetzt. Ne, ist es weg? Ja, ja. Ach so. Ah, okay. Eigentlich war die Stelle doch nicht so. Jetzt, jetzt ist es mal gut hier. Ne, ich finde es hier nicht schön zum Bauen. Keine Angst. Ich finde es immer noch kacke. Ich nehme das langsame Boot. Okay. Bist du, komm... Ein bisschen was passt noch rein. Ja. Bist du noch was rein tun? Ja. Wir werden noch mal fahren müssen. Ah, die Kiste kann ich... Kann ich nicht mitnehmen. Hm. Nö, nö, nö. Das bisschen. Stimmt, wir müssen hier aber eigentlich Kisten mitnehmen, sonst können wir das ja gar nicht umlagern. Habe ich schon ein paar. Ich habe schon ein paar. Okay. Ich habe dran gedacht. Ich fahre schon mal hin, ne? Ah, dann lade ich, mache hier das Inventar voll und lad noch mal was nach. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal mit dem Metall, was wir haben. Habe ich überhaupt Metall dabei? Ne, ich habe gar kein Metall dabei. Ich habe Metall dabei. Dann warte ich, bis du gleich da bist. Ja, wir bauen einfach mal irgendwo eine Plattform hin. Irgendwo, wo sie nicht stört. Bauen wir jetzt die Plattform hier wieder mit einem Scheißdreck zumüllen und später wieder alles abbauen müssen. Ja, das finde ich gut. Und da umdenken. Sehr gut. So eine Zwischenlösung dann. So, einfach so eine einzige Plattform, also nicht mehr so groß. Ja. Einfach nur Sack. Hufschmeiße. Fertig. Kurz zeigen, wie cool wir sind. So, wo fahren wir denn? So fahre, ne? So orangenen. Wo ist die denn da hinten? Die ist da vorne im Wasser. Puh. Der Insel ist so viel Metall vorkommen. Das ist eigentlich ganz gut. Warum kostet mich das so viel Energie? Was? Das Boot fahren. Das ist ein Paddelboot. Das ist ein Paddelboot. Ah. So. Fundament. Hier hin. Metallgist. Metallgist. Wieso höre ich? Äh. Äh. Sag jetzt nicht Angriff. Angriff. Oh, ich sehe es. Ich bin noch auf dem Weg. Wir greifen die Kisten an. Ich hab einfach keine, äh, Dinger einstecken. Keine Pfeile. Und ich hab kein Leben. Ich hab mich die ganze Zeit nicht geheilt. Oh. Oh. Geht unser Bett? Ja, ne? Nee. Ich hab's abgebaut. Oh Gott. Scheiße. Ich bin so gut wie tot. Was das, ihr Hooligans? Ich bin tot. Scheiße. Mach das nur hin, komm schnell! Ja, ich bin schon da, aber ich hab hier keine Pfeile. Ich kann hier gar nichts machen. Ich muss zufällige Wiederbelebung machen. Was nicht so gut ist, weil dann bin ich mitten im Wasser. Wo ist unser Bett? Äh, hab ich irgendwo reingeschmissen. Ich hab ja alles abgebaut. Scheiße. Wird ja auch noch dunkel jetzt. Tja, das läuft ja gut, ne? Fängt gut an. Boah, stirb du kleiner Huren! Äh, du, du böser Mensch. Hab ich mich nur verhört, okay. Ich dachte schon, jetzt eskaliert's hier richtig! Warum rennen die vor mir weg? Warum wohl? Weil du kiesst. Zwei hab ich um. Klingt wie ein Hooligan, der alles tot sehen will. Warum rennen die vor mir weg? Geh den Letzten nicht! Ah! Ah! Komm, du auch noch! Ich bin auch gleich tot. Ich bin jetzt erst gleich auf der Insel. Zufälliger Respawnpunkt. Ich glaub, es ist nur noch einer, ich bin tot. Du bist, ahja, okay. Aber ich hab drei oder vier umgelegt. Nice. Ich hoffe, die haben nicht so viel kaputt gemacht. Feuerwehr. Noch nicht. So, alles nehmen. Hast du schon einen Respawned? Ja. Ah, okay, schade. Sonst hätte ich schnell ein Bett hingesetzt. Aber nicht weit weg. Alter, unten ist er! Bootsjung! Weißt du was? Ich schnüppel dich mit der Axt niederhalte. Komm her! Okay. Sie sind tot. Ist ja super. Ich glaub, die haben echt nix kaputt gemacht. Ne, einen hab ich abgehalten. Der wollte grad. Und dann hab ich ihn halt umgeboxt. Gut, dass wir schon alles aus Metall dahin geklatscht haben. Und dass wir wenigst ne kleine Sortierung haben, hab ich schon mal den Lebensmittelbehälter dahin gemacht. Ja, will mich auch, ähm, trinkendingsen. Trinkendingsen? Trinken. Trinken gehen machen. Ah, machen. Zählt ne Fackel nicht als Feuer? Ich glaub schon, das zählt. Kann meine Erfrierungen nicht weggehen. Ich mach mal ein bisschen Licht hier. Ich glaub, du musst es länger halten, also, ne? Wo kann ich denn den Inventarscheiß abschmeißen? Hier, wo ich grad steh. Hier sind überall Kisten? Und die Lebensmittelkisten? Ist bei dir auch so ein helles? Ja, die hab ich hingeschmissen. Ja. Oh, mein Inventar ist leer. Wo ist denn mein A da hinten? Bin hier gestorben. Brauchst du erst mal dein Kiesch? Wah? Jetzt bemühe ich mich halt dazu, dass mein Leben immer voll bleibt. Mensch. Ja, das ist halt doch. Äh. Wieso schmeißen wir jetzt wahllos alles rein erst mal, ja? Ich hab Lebensmittel, glaub ich, schon mal sortiert. Das ist das einzige. Okay. Mein Bild ist leer. Hab ich euch nicht von drüben aufgeräumt? Ich hatte doch grad eben noch ne Kiste mehr. Wo hab ich... Wo hab ich ne Holzkiste jetzt hingemacht? Da drüben stehen ja zwei Holzkisten auch noch, ne? Ja. Dann hol ich mal... Ich hol die mal rüber. Ja, hol die mal. Das ist vielleicht ganz gut. Weil bei mir ist auch noch alles voll. Die sind aber auch halt fast voll. Hm. Komm mal, doch noch eine. Zack. Tup tup dudu. Was haben wir hier noch? Ah, da ist noch ne Holzkiste drin. Sehr gut. Da haben wir doch noch zwei Holzkisten. Könnten wir irgendwo den... Wasseraufbereiter müssen wir auspacken, bevor wir mal wieder losfahren. Kannst du auch ne Soda trinken oder so? Haben wir welche? Ja, ich mach grad ne Limonade hier rein. In die Essenskiste. Gönn dir. Mhhm... So, ist deine Sachen schon leer aus deiner? Ne, da ist noch eine Reihe drin. Ok. Wir können aber das Wasserzeug hin platzieren. Und das Bett muss bei dir, ich habe die Plattform vergrößert. Dann mache ich das Bett hin und den Wasser aufbereite. Ja, weil bei mir steht gerade, du bist müde. Du musst dich ausruhen. Mach das Bett einfach vor die Kisten, ich schlafe schon. Wir sollten erst das Wasserding auffüllen, dass es morgen früh auch ready ist. Wie kann ich wieder aufstehen? Wahrscheinlich gar nicht. Hast du es mit dem Inventar? Warte, ich stelle es hin. Die Eimer habe ich irgendwo hin. Da sind mal zwei. Hier ist noch einer, ja. Und Holz hatte ich auch irgendwo. Ich habe Holz. Okay, mache ich die Eimer voll. Okay, let's go. Ich bin Pastor der Pirat. Passt doch. Ich bin Pastor der Pirat. Hä? Soll das heißen? Gut. Schlafen? Wenn es noch geht. Klar. Oder? Ist es wahrscheinlich tot? Nee. Mhm. Gerade so. Trink mal was. Dann haben wir hier noch gebratenes Fleisch einmal drin. In der Lebensmittelkiste? In der Lebensmittelkiste? In der Lebensmittelkiste? Mhm. Ich glaube wir müssen... Aber wir machen es so... Wir holen jetzt einfach mal den Rest. Ja. Dann kannst du schon mal anfangen bisschen zu bauen und ich angele uns Fisch und brutzle uns den. Okay. Fahren wir mit dem schnellen Boot, oder? Ich glaube, jetzt brauchen wir es einfach nicht mehr. Ich denke mal, oder? Dein Inventar voll? Mein Inventar voll? Und die Kiste hinten? Aufmaß. Wie ist es angechockt, kommt da? Bumm. 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 Keiden. Genau-ah. Ich seh deinen Geld bombio kommt die ganze Zeit vor mir. Aber der wackelt witzig, hin und her berries, nach links und rechts drück. Bupp, 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 bupp. Alter da oben. Bumm. Ein Vogel. Pass auf. Pass auf. Pass auf, treff ich eh nicht. Aber, let's go. Schade Kogels Lass auf, wir werden abgeschossen Und ich sitze wieder voll in der Schusslinie Einfach einmal durchcruisen Ne, das machen wir nicht Hab ihn getroffen Guck mal, da kommen wir zu Okay, ich geh mal Die haben aber recht coole Bases Auch wenn die ziemlich trist sind Hey, jetzt, komm Da müssen wir auch gleich hin, okay? Ich will die tot sehen Das waren bestimmt Deren Kussings Na gut So So viel können wir gar nicht bauen Wir haben nicht mal ansatzweise genug Schrott für ne coole Hütte Wir haben übelst viel Schrott Nicht um ne Hütte zu bauen Das ist mit dem Tresor Mitnehmen Kannst du das machen? Ich weiß immer noch Also, ist er schon leer oder was? Ne, der ist ja noch komplett voll Ja, ich glaube, das wird ein bisschen Ja, ich merke gerade, vielleicht Ist das Boot jetzt hin? Bootsymbol Unsichtbares Bootmobil Richtig Also, Boot ist fast voll Es passt noch drei Sachen rein Dann mach ich Drei Sachen rein Du holst noch Ich hol noch den Stuffdecker Oh, ist das viel Dann hol ich auch noch drei Sachen Und die kriegen wir leer Oh, die ist schon leer Ist noch der Tresor Ja Ärgerlich Ich fahr gleich nochmal alleine Dann kannst du schon mal anfangen Dann musst du aber dein Ding mitnehmen Bist du schon wieder falsch gelaufen Äh, dein Umzugskatton Okay Weil ansonsten Hixern Tresor nicht mit Alter, smooth Gell? Smooth aufgesetzt, Alter Die lange Guck mal, Mama Ja, wie die da jetzt bereit schon stehen Der Treffer musste noch sein Guck mal, die Idioten, wie sie aber da stehen Ich glaube, das sind voll die Ottos Die haben einfach nur Nahkampfwaffen Naja First things first Richtig Das machen wir später dann Die Base Nee Na, wie der ist schon schlecht? Bist du schon seekrank? Nö, noch nicht Meinst du, ich kann die die Rampe hochcruisen? Nö, glaube ich fast nicht Probier mal Ja, cool Wow Krass, voll die Action, hast du gesehen? Alter, das war locker eine 4 von 10 Wenn nicht sogar eine 3 Tschüss Kann das Boot kaputt gehen? Ähm Ich glaube ja, aber ich habe recht Zwei Balken Der eine Balken gibt wohl die Literanzahl an Von Benzin Und der unten drunter So einen kleinen Damage-Balken schon bekommen Also Ja, kann er Und du baust unser Haus? Ich baue dann unser Haus, ja Ich mache hier schon Ich mache hier alles Oh, das ist eigentlich ja dumm Die Munitionskiste hinzustellen schon Warum? Weil wenn wir dann eh umsortieren Muss ich ja erst die Sachen irgendwo hinklatschen Damit ich die Munitionskiste nehmen kann Damit ich dann die Sachen wieder zurück in die Munitionskiste machen kann Ist ja eigentlich Ja Doppelblöd Aber also die Kisten sind jetzt halt voll Ja, ich Da sind Du stehst auf einer Hier ist noch eine Naja Das klappt schon, ne? Da hole ich noch den Scheiß aus dem Boot Schon dabei? Ja, machst du schon Boot ist leer Ich lasse im Boot den Ja, jetzt sind die aber auch wieder voll Jo, Allah Alle voll Ich habe hier gerade irgendwas geöffnet Ne, die hier Die eine Irgendeine ist noch Ne, die war doch gerade eben noch voll Ah ne, wenn man falsch steht Drückt man das hinten dran an Okay Ist ein bisschen weird Ein bisschen weird Ich habe den Umzugskarton In die Kiste reingelegt Also im Boot Also im Boot ist er drin Sollte ich nur produzieren Bau bitte ein schönes Haus Oh, toll Jetzt kriege ich auch noch hier Weißt du? Mach's aber nicht hässlich, ja? Ja, hallo? Du wohnst mit einer Frau zusammen Ich weiß mir schon, dass dein Charakter hässlich ist Ey Was? Ja, gar nicht Du bist wunderhübsch Ottilie Das stimmt wirklich schon, oder? Mhm Ein bisschen In meiner Facecam kann ich mir einfach selbst Sondern Rock gucken Es ist, äh Cool Ja Ja So Oh Ja Brauchen wir schon wieder Kampfmusik? Och nö, oder? Ja Will ich zurückkommen? Weiß noch nicht Ich glaube es sind Oh Gott Komm Ich glaube es sind nur zwei Ottos Einer ist tot Ne Es sind drei Ottos Es sind vier Ottos Ich komm Ich hab jetzt eh alles Aber sie sind tot Es ist nur noch einer Und der scheitert daran Die Kiste kaputt zu machen Wie er anhüpft, alter Hutsjunge Ja, sie sind tot Ich steck fest Ne, sie sind noch nicht tot Das ist nicht gut, wenn du feststeckst Kann ich das Boot schieben? Du kannst es an Äh, pinnen Also, ne Äh Anschubsen Mit C Wenn du absteigst Ah ja, perfekt Danke Sind das die von der anderen Base jetzt? Habe ich die jetzt verärgert? Oder ist es Tatsächlich jetzt hier Ein bisschen actionreicher als sonst? Ich weiß es nicht Aber ich komm jetzt Alles gut, es waren nur sieben Stück Ich bin zwar auch fast tot Geht's ja richtig rund hier Und es wird schwer dunkel Ja Nice So Ich bin da Nice Können wir schlafen gehen oder nicht? Mh Haben wir genug Reserve Um schlafen gehen zu können? Meinst du essen und so? Ja Ich kümmere mich Mach erst mal Wasser Dann hole ich Essen Mhm Oh, hier ist alles voll Voll was? Voll mit Zeusch Zeusch? Aber ich kann ja den Tresor Oder soll ich den auch erstmal noch Ja, das passt ohne Passt, sehr gut Wo sind denn die Wassereimers? Oh, die sind irgendwo Die sind Sehr zufällig platziert worden Mhm Mhm Mal zwei Die reichen doch Feuerschale Moderne Wandleuchte Würde gerne direkt eine moderne Wandleuchte eigentlich bauen Ich glaube, die sind besser als Feuer, ne? Ja, machen wir was Schönes hier Dann brauchen wir den 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 Da Oven Oh Ups Da hab ich einfach das Inventar geleert Wir müssten halt auch den Grill aufstellen, ne? Ja Ich befürchte es auch Weil wenn ich jetzt gleich am Angeln gehe, dann müssen wir das ja auch direkt brutzeln Ach, Burnout So Wo hab ich denn den Grill gesehen vorhin? Da war doch Wo ist die Angel? Wenn du die Angellingu siehst, schrei Ich hab's da Äh, ich nehm sie mit und leg sie gleich da hin Äh, ich schmeiß sie hier hin Ja Ja Danke Dann platziere ich die Grill jetzt doch schon mal drin, oder? Oh, die Köder Oh, hier ist auch noch Essen für auf der Grill Sehr gut Links direkt Also wo ist denn der? Der Grill, du hast Essen Der Grill, ich seh hier gar nichts Äh, ich platziere es grad in der Bude Ja, ich bin neben dir Ah ja Links neben dran ist auch noch ein Grill Ah, perfekt Ich hab nämlich noch eins Jupa Läuft doch Läuft doch Dann geh ich jetzt angeln Wir haben doch irgendwo schon mal Elektronikteile und Glas gefunden gehabt Ja Weil dann kann ich so eine Lampe basteln Das probiere ich doch mal Da mal Glas Und da mal Elektronik Ich hoffe, die sind auch Hell genug Wie kommt man denn an Angelköder dran? Muss man die finden? Ja, ich glaub, man muss sie finden Wieso hab ich für einen ganz kurzen Moment gedacht, dass die auch ohne Generator funktioniert? Jetzt haben wir es halt wenigstens schon mal, ja? Ja Na ja Mach das frische Essen in unsere Essensbox So, Angelköder haben wir noch, da haben wir noch einen Wir haben halt fast keinen Metallschrott mehr Ich nicht Ich hab doch gesagt, das geht so schnell Ach so Ja, dann gehen wir gleich morgen nochmal suchen Aber ich muss jetzt erst hier für Essen sorgen Das ist gar kein Problem Ich baue hier schon mal ein bisschen weiter Ich hab so eine kleine Idee, hab ich Wie das Ganze ein bisschen hübscher sein könnte Ich hab so ein bisschen hübscher sein könnte Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Es gab doch auch eine Treppe. Metalltreppe, ja. Ja, wir brauchen jetzt mal mehr Metallschrott auf jeden Fall, bevor es weitergeht. Okay, ich denke, wir sind bald soweit, dass wir auf die Suche gehen können. Wir könnten zu dieser Autobahn gehen, wo wir das letzte Mal waren. Ja, also ich würde jetzt noch zwei, drei Fischi fangen, damit wir uns mal voll essen können. Was haben wir ja auch wieder, aber auch nicht viel, ah doch. Kann sein, dass wir irgendwann alles abraten. Weil ich nicht ganz verstehe, wie man gebaut, aber macht ja nix, ne? Oh Allah. Das war ja schon gewohnt. Richtig. Wir kennen ja schon, dass ich nix kann. Was hast du jetzt gesagt? Das weiß ich. Manchmal höre ich mir zu. Wenn ich noch ein bisschen Eisenerze in der Zwischenzeit, das wird wieder hell, ne? Wollen wir gar nicht schlafen zu gehen. Mhm. Sehr gut. Das ist das Lifegoal. Einfach nicht, einfach viel zu spät ins Bett gehen. Musst du gar nicht mehr schlafen. Alter, so intelligent, Leute. Komm, ihr lernt mal was. Komm, ihr lernt mal was. Komm, ihr lernt mal was. Und ist da hinten Licht. Das ist auch sehr verdächtig da. Oh. Ähm, in Richtung unseres Motorbootes. Ah ne, ist da gar nicht mehr. Genau, da hinten, das wo, ne, wo so ein bisschen Licht brennt. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Handelsposten. Das ist unser Handelsposten. Ne, der Handelsposten ist das rechts nebendran. Der Handelsposten ist der da hinten. Ich gucke gleich. Richtung alte Base. Da links ist nämlich noch Fragezeichen. Mhm, mhm, mhm. Das habe ich selbst gesehen. Ja, ja. Mhm, mhm. So, ich gehe Metallschrott suchen. Warte. Okay, ich warte. Ich dachte, so ein Stück Krill und komm mit. Na gut. Das kann man da lassen, das kann man da lassen. Ähm. Mein Rock ist bald kaputt. Hast du dir schon was leckeres zu essen geholt? Habe ich, ja. Ja? Ja. Ich habe jetzt alles allein gegessen, weil ich ein kompletter Egoist bin. Halt. Halt. Ich habe vorhin meine ganzen Pfeile verballert. Haben wir noch Verband im Auto? Im Auto? Im Schiffsauto haben wir noch Verbände, ja. Gut. Pfeile, Pfeile. Mh. Mhm. Pfeile. Mh. Immer so unvorbereitet. Mh.